Hey Freunde, willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um meine Seiten, die ich alle so habe. Natürlich gibt es Faker von mir. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, nur die meisten merken es halt nicht. Und deswegen werde ich jetzt in diesem Video, beziehungsweise in einem nächsten Video, gleich kommt das Beste, alle meine Seiten, die ich so habe, mal vorstellen und die Links in die Beschreibung packen. In dem Video geht es aber um Ruhrpott Motorsports. Ruhrpott Motorsports ist eine Crew, Gemeinschaft, Club, whatever, nennt es wie ihr möchtet, die ich mit zwei Kollegen im Real Life betreibe. Ja, es geht jetzt gerade mal nicht um mein Game. Ja, wir haben es da aufgebaut. Es ist natürlich ein markenoffener Auto-Motorrad-Club und das erklärt eigentlich schon einiges. Ja, wir machen da viel und wenig. Ja, wir treffen uns immer wieder, chillen einfach irgendwo rum oder sind auf großen Autotreffs, whatever. Ich würde euch empfehlen, mal da vorbeizuschauen. Dann seht ihr mal, was der Onkel so in der Freizeit treibt. Selbstverständlich laden wir auch Bilder hoch und so weiter. Wir haben jetzt auch schon einen YouTube-Kanal, da habe ich mich darum gekümmert. Da kommen bald Videos, verlinke ich euch auch hier. Und ja, vielleicht seht ihr ja mal den Onkel auf einem der Fotos. Ich würde euch jetzt nicht genau sagen, wie ich aussehe oder was für einen Wagen ich da fahre. Selbstverständlich sind immer mal andere Leute auf den Bildern zu sehen. Nicht nur jetzt ich. Wenn ihr jetzt irgendeinen auf dem Bild seht, auf einmal so, ah, ist der Onkel, wäre ich mir nicht so sicher. Kann sein, muss aber nicht. Ja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mal auf der Seite vorbeischaut. Wir können jede Unterstützung gebrauchen. Und auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt so die Autofreaks seid, dann kommt einfach mal vorbei. Guckt euch das doch mal an. Immerhin ist der Onkel Dach so sehr öhnt, wegen der Milch. Ja, ich weiß, voll die Hardcore-Werbung eigentlich, aber ja. Wir machen das sehr gerne und wer halt echt mal ein bisschen mehr von meiner Freizeittätigkeit oder was ich überhaupt so daneben beitreibe, erfahren will, der ist da gut aufgehoben durch die Bilder und so weiter und so fort. Und selbstverständlich werden auch Treffen veranstaltet, wo ihr gerne hinkommen könnt, wenn ihr jetzt nicht gerade zu weit wo weg wohnt. Oder wenn ihr einen Bruder habt oder sowas, der euch fahren kann. Oder wenn ihr selber schon fahren könnt. Vielleicht sind ja auch welche dabei, die auch motorsportbegeistert sind. Die dürfen sogar dem Club beitreten. Das ist alles kein Ding. Ich freue mich auf euch. Ich packe den Link in die Beschreibung. Lasst doch gerne einen Like da, wenn ihr möchtet. Ich zwinge euch natürlich nicht, aber wir können halt jede Unterstützung gebrauchen. Und ich freue mich. Ich weiß, ihr seid geil. Und ich weiß, ich kann auch recht sehen. Also gut, voll die Ultra-Werbung vorbei. Also denn, macht's gut, Freunde. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Euer Onkel. Ciao. Euer Onkel Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.